In diesem Video möchte ich die Anveo Delivery App vorstellen und im ersten Schritt schauen, wie wir eine Auslieferung für unseren Auslieferungsfahrer vorbereiten können, also wie wir zum Beispiel aus einem Verkaufsauftrag wichtige Informationen ergänzen können, um diese dann an unseren Auslieferungsfahrer übermitteln zu können. Dafür springe ich einmal in unser Microsoft Dynamics und wir legen einen neuen Verkaufsauftrag an. In unserem heutigen Fall liefern wir an die Firma Möbel Meller und wir haben eine Bestellung bekommen über verschiedene Artikel, in diesem Fall zum Beispiel für zwei Tourenräder, für ein Vorderrad und für, sagen wir, auch noch ein Hinterrad. Wenn wir das jetzt eingegeben haben, müssen wir zusätzliche Informationen hinterlegen, um diese dann an unser Zustellungsfahrzeug zuordnen zu können. Dafür gehen wir einmal in den Bereich Shipping und Billing und wir können jetzt hier entweder die generisch hinterlegte Adresse wählen oder wir können sogar eine spezielle Adresse, die nur für diesen einen Auslieferungsfall notwendig ist, hinterlegen. Aber im ersten Schritt werden wir erstmal unseren Lieferwagen auswählen, der letztendlich die Lieferung auch abwickeln soll. Dafür nehmen wir unseren UPS-Truck und was wir jetzt im weiteren Schritt noch machen können, ist, wir können zusätzliche Informationen hinzufügen, zum Beispiel einen Kommentar hinterlegen, wenn wir sagen, wir haben eben noch den Kommentar, dass bitte der Hintereingang genutzt werden soll. Das fügen wir jetzt einfach an unseren Auftrag an und können dann im nächsten Schritt hingehen und diese Auslieferung an unseren Auslieferungsfahrer weitergeben, indem wir den für die Lieferung einplanen. Wir sehen sofort, dass hier der mobile App-Status sich geändert hat, jetzt zugewiesen ist und eine laufende Nummer der Zustellung erhalten hat. Und im nächsten Video werden wir dann einmal anschauen, welche Möglichkeiten unser Auslieferungsfahrer hat, um die Bestellung tatsächlich auszuliefern. Vielen Dank.